Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, aufgehen, Botschaften, los geht's auf! Hier kommt Platz 2 in Oberlin, hier zum Platz 1 in der Altersklasse, Claudia Fischstein! Ein Tor, Daniela Ravirez! Ja, ganz gut, also außer dass der Asphalt an der Stelle nicht so toll war, deswegen war es nicht so schön zu laufen, aber grundsätzlich bin ich sehr froh, es war wieder super Training für mich und von daher fühle ich mich gut. Also ich bereite mich ja gerade vor, gehe jetzt auch schon am Montag, also morgen aufs Eis in Berlin und schaue wie die ersten Rennen so sind, die Trainingsrennen und dann entscheide ich, was ich tue, aber grundsätzlich möchte ich erstmal weitermachen. Ja, ich habe die Masters eher mir in der Schweiz schon mitgemacht, hier ist mir das Gelände deutlich lieber, weil es nicht so viele Berge hat wie in der Schweiz vor zwei Wochen und von daher komme ich sehr gerne her und vielleicht ist der eine oder andere noch in der Lage, den Asphalt noch ein bisschen neu zu machen. Sebastian Mirsch in Führung, Platz zwei, Interessantbettung für den Neustädter, Sebastian Mirsch! Deutscher Vizemeister ist schon mal sehr schön, gerade hier wie so ein Heimrennen zu haben, ist immer sehr schön, gerade auf der Marathon-Disziplin, was meine liebeste Disziplin ist. Wäre es natürlich schön gewesen, die deutschen Meisterschreifen in zwei Wochen in Berlin zu zeigen, aber gegen den Top-Läufer Alexander Bastidas aus Venezuela, der seit vielen Jahren in Berlin wohnt, hat sich heute leider keinen Short. Also der Kurs ist nicht einfach, der hat sehr viele Kurven, ist sehr verwinkelt, viele Gulli-Deckel, ist schwierig, einen Rhythmus zu finden, aber mit einer Stunde acht trotzdem noch eine relativ gute Zeit hingelegt, von daher war ein schnelles Rennen mit vielen Attacken und konnte mich dann zusammen mit Sören Lindner aus Berlin absetzen und dann haben wir die Silbermedaille ausgesprintelt. Jetzt geht es genau in die Vorbereitung für den Berlin-Marathon, nur noch zwei Wochen, letztlich wird nochmal der Feinschliff geholt und dann nochmal in Berlin ein schöner Saisonabschluss hingelegt.